Hey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool zur ersten Folge von Let's Play GTA 5 für die Playstation 4. Ich zock die Playstation 4 Version und wir fangen gleich an mit dem Prolog. Ja, habe ich dafür entschieden das Let's Play zu machen, einfach weil die EU Perspektive ziemlich geil ist. Es ist eine fast komplett neue Spielerfahrung und einfach weil die Grafik ziemlich beeindruckend ist teilweise. Und weil mich ein Haufen Leute gefragt haben, auch nochmal Let's Play. Maufhängen von neun Jahren. So sieht's aus. Gleich meine Ego wechseln. Ich versuche das Let's Play übrigens komplett in der Ego Perspektive zu machen. So weit wie möglich. So weit wie's geht. Und ich versuche es relativ zügig zu machen. Einfach weil ich es ja schon mal durchgezockt hatte. Okay. Hey! Em! Mach diese Scheiße in den Schrank! Was macht er denn? Hey! Übrigens ziemlich cool mit dem Weihnachtsbaum, ne? Nee, der blinkt. Und die Unschärfe generell. Ich feiere die Unschärfe so voll ab. Gerade beim Foto-Modus kommt das witzgeil. Okay. Zünden! Und die Tash und die Louis Vuitton Duffelbag. Zum Besuch. 95.000, ne? Okay. 179. 500. Gogo, go! Komm, nicht zu lang. Ego, let's play! Ach, ich habe dich. Ah, ich sah dein Gesicht, ich erinnere dich! Ich habe mich noch nicht an deinem alten Let's Play erinnern. Ich habe so lange gebraucht erst mal, um überhaupt mal den Wechsel hier zu machen. Von Michaels zu Trevor. Okay, du bist dauernd mein Freund. Doch, für die Story ist es absolut nötig. Ja, du hast das richtig. Los geht's! Könnt ihr mir ja gut sehen. Ist die Facecam cool. Oh, ist zu dunkel, ich weiß nicht. Ich hab's so gemacht von der Steuerung her. So eingestellt, dass ich bei, wenn ich in Deckung gehe, in die Third Person wechsel. Das ist übelst praktisch, finde ich. Bäm, Junge! Geil, das rüberkommt. Mit dem Wasser hier, mit dem Wasserspritzer, ist gut gemacht. Du siehst? Halt den Schutterswitz! Ja, ja. Der kommt nicht vorwärts, ey. Der kann nicht rennen. Ja, hau drauf. Let's go. Jetzt mal gedrückt, Deckung, Gegner, bla bla. Ja, wir wissen Bescheid. Wir kennen doch das, wir kennen doch das. Wir kennen doch das, wir kennen doch das. Wir nehmen jetzt erstmal halbanvisierte Ziel. Und gleich mit Michael, glaube ich, geht's weiter. Dann Kim und Korn. Hebt ihr noch? So, ich renne mal gleich mal rum. So. Bobcat. Geldtransporter. Headshot. Oh, fuck. So, ich dachte dabei noch. Fuck. So, Michael. Weiter geht's. Kim und Korn, Leute. Hey, hey. Komm jetzt, Alter. So, okay. Kim und Korn. Äh. Boah, Alter, wie das zuckelt. Der Kim und Korn hast halt das Problem, dass dein Fahnenkreuz, also dein Visier halt immer in und her geht und du weißt nicht genau, wo du eigentlich draufhältst. Das ist halt voll den Rückschlag. Komm, komm. Der Korn könnte erlangen. Der Korn ist nicht, weißt du, weil... Ich zeig's mir mal eben. Da bleibt das Fahnenkreuz halt ruhig, obwohl die Waffe übelst rum wackelt, ne? Komm mal hier. Bitte? Ja. Und so. Da wackelt's halt übelst rum. Da sieht ihr halt das Wackeln. Also das ist halt auf Realismus getrimmt, eben. Jetzt mal ein bisschen brenzlig wird dann ein halbautomatisches Ziel. Ja, lass es gehen. Oh, jetzt geht's. Ich muss gleich die Letzten kommen. Ludendorff, Nordenken. Ja, irgendwo an der kanadischen Grenze soll das sein. Oh, scheiße. Was war da neben? Ja, kann losgehen, kann weitergehen. Willkommen zu Ludendorff. Home of the... was? The Midwest's... Biggest Beaver. Die Heimat des... ...mittleren Westen... ...des größten Beavers des Mittleren Westens. Biggest Beaver. Beaver heißt ja auch so was wie Schambehaarung, ne? Guck hier. This Town sucks. Pimmel herangemalt. Genau. Die Stadt ist absolut abgefuckt. Absolut scheiße. Nervt. Saugt. Okay. Trevor, alter der Hilbidi. Die Oldschool Frisur, die warb doch mal übelst. Oh, scheiße. Wie ist das? Geh, geh, geh! 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 Das sieht aus wie das Cockpit vom Cheval Picador. Oh mein Gott! Geh! Oh mein Gott! Ich sollte aufpassen. Ich sollte aufpassen. Ich sollte aufpassen. Und man beachte die wunderschönen Schneekristalle, die so schön glitzern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich will ja gleichzeitig staunen und gleichzeitig muss ich ja spielen. Mein Gott. Was soll man machen? Geh! 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 Schnee in North Yenken. Geh! Woher der F*** ist der Chopper? Geh! 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 Ja, Brad! Geh! 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 Ja, Brad! Geh! 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 talents Hausarer Weihicht die Geh! 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 Hubschrauber, ich hab keine Ahnung, das labert die irgendwie zu. Okay, das ist der Punkt, wo Trevor von Michael getrennt wird, Michael kommt im Zeugenschutzprogramm und Trevor, wie war das nochmal, der vergammelt irgendwo im Knast? Keine Ahnung, Prolog wäre soweit gesch- oh, er ist genau weiter. Ah, Brat. Das gute alte Brat. Michael. Tommy. Das sieht bestimmt mal richtig geil aus, wenn du nochmal nach North Yankton kommst. Mit dem Schnee, so und die Beleuchtung dann bei Nacht, stell ich mir richtig cool vor, freu ich mich schon drauf. So weit habe ich nämlich noch nicht gezockt. Ich will es nicht verraten, ist eigentlich egal. Ihr seht es ja dann eh. Ungefähr zur Hälfte durch. Dachte ich fange mal das Let's Play jetzt an, weil ich hatte ja vorher die ganzen Infovideos gemacht. Und ja, das war mir erstmal wichtig gewesen, Tipps und Tricks und so. Und ja, das war der Prolog und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Let's Play GTA 5 hier bei WePlay Oldschool. wieder mit mir, Max Holz am Start. Jaut rein, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.